Okay, der rusht auf mich grad, aber ich spamm ihn einfach tot. Das ist mir scheißegal. Das ist der größte Gespamm in der Welt, Alter. Ich kümmer mich ja da ganz richtig gut, okay? Ich hab noch nie gesagt, ein Bad Wars gespammt. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Bad Wars zusammen mit Spiritendo. Guten Tag, hallo, 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 hallo. Und wie geht's dir, mein Freund? Alter. Alter. Ich kann nur Alter sagen. Alter, Alter. So angespannt wegen allem, ne? Diese Code-Word-Challenge, ne? Ey, ohne Scheiß. Diese Code-Word-Challenge. Leute, falls ihr die Code-Word-Challenge bei Spiritendo noch nicht gesehen habt, schaut da unbedingt rein. Wir haben 40 Minuten aufgenommen für eine fucking Code-Word-Challenge. Das war so eine einzige. Die Todesrunde. Das war die schlimmste Runde, die ich jemals gespielt hab. Ohne Scheiß. Ey, wir haben, das war gerade, also die kamen bei Figs schon vor Ewigkeiten jetzt wahrscheinlich. Ja, ja, letzte Woche irgendwann, glaub ich. Genau, und jetzt, also heute ist der Tag davor, wo die kamen und... Ich bin völlig fertig. Nein, okay, ich hab vier Gold verloren, weil ich Jump'n' Run bin. Ja gut, hab ich gesagt. Fix in Bad Wars. Fix in Bad Wars. Ich bin Bad Wars Profi, Leute, ich weiß nicht. Ich soll das aufgeben. Hast du meinen schönen Weg gesehen? Ja. Ist schön, wenn man da drüber rennen kann, ne? Wird einfach rausgehauen, mit einem Schlag. Ist geil, oder? Ja, auf jeden Fall. Kann man gut über den Weg rennen. Alter, was der für einen Knockback hat. Genau, den meinte ich. Das ist nicht normal. Ja, tschüss. Und dann backt er auch noch zurück. Ja gut, ne? Komm mal an, Team Cheat, danke schön. Ne, das ist gestartet. Sag ich mal, es fehlt ein Team. Achso. Ja gut, Leute, dann spielen wir halt mit einem Team weniger. Ich bin gerade auf dem Weg zu Blau. Oh, sehr gut. Ich glaube aber, der wird mich wegracken, weil der volles Equip hat. Und das ist ziemlich krass. Wobei, ich hole mir einfach das Bett. Nein, okay, verdammt. Ja, ich bin tot. Okay, warte. Wir sind jetzt ein bisschen vorgewarnt, ne? Ich würde einfach sagen, ich komme, geh, Kostin, bitte hol mir das Gold. Mach das. Das genau in meinem Gesicht gespawnt ist. Vielen Dank. Genau, in deinem Face. In meinem Face, ja. Achso, und Leute, wir haben eine neue Regel aufgestellt. Wenn wir zwei Code-Word-Challenge spielen, dann nur noch mit einem Code-Word, weil das ist nicht mehr normal, wie wir hier geschwitzt haben, ey. Ey, ich habe vier Gold. Ich bin immer noch angespannt. Ja, mach den Boden. Das passt schon. Mach ich. Ich brauche keinen. Dann lass versuchen, so schnell wie möglich hier die Runde wegzureppen. Ja, das ist richtig, Russian. Dann lass richtig. Sollst du einen Typen runterzuschießen? Oh Gott. Alter, dieses, diese Legs. Okay. Ach, ich treffe den Typen nicht. Ne, treffe den nicht. Egal, ich gehe auf. Oh, der eine Blau ist hier in der Mitte. Ich gehe direkt zu Blau weiter durch. Ich versuche den Typen, der hinter der, der hinter der, der hinter der. Ja. Ich habe ihn runterzuschießen. Ich habe ihn runtergeschossen. Nice. Nice, nice. Oh, Team Blau wurde von Team Grün zerstört. Okay, nice. Okay, ich habe den einen Grün getötet. Wir müssen jetzt schnell zu Team Grün gehen. Ein Blau aus bei Grün. Ein Blau aus bei Grün. Okay. Vielleicht tötet er den. Ja, das wäre nice. Das wäre echt nice. Ah, die haben Eisenblöcke gebaut. Ja. Aber ich habe eine gute Spitzhacke dabei. Ich nicht, ich nicht. Egal, egal, egal. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ja, komm, spam die Tod. Okay, Blau ist es weg. Blau ist es weg. Ja, komm, spam die Tod. Ja, dafür musst du ein Aim haben. Das habe ich leider nicht. Das ist richtig mies. Warte, der Ägypte muss ich abschießen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ah, ich habe in die Luft angeschossen. Okay, sehr gut. Äh, wie viel Leben hat der, meinst du? Äh, nicht viel. Ganz wenig. Echt nicht? Ich gehe runter. Ich bin mit dabei. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Okay, ich baue auf. Nein, der hat einen Bull, den Shred, den Shred, den Shred. Oh, der hat mich. Was? Der hat wieder volles Equip gehabt? Ja. Woher? Der hat übel schnell gekauft. Hat er gekauft? Der hat gekauft. Nie im Leben hat er gekauft. Doch, hat er. Halt dein Maul. Ohne Scheiß. GGM ist nicht weiter. Ja, wahrscheinlich. Safe, dass die nichts irgendwie gesaved haben oder so. Ja. Alter Schwede. Okay, warte. Das habe ich nirgends in der Kiste gesehen. Wie schnell hat der denn bitte gekauft? Übel schnell. Wahrscheinlich war es so ein richtiger Gleichmütter, Alter. Einfach so, dass man so den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat. Äh, den ganzen Tag, den Scheiß kauft. So, um zu üben, wie man Hotkeyt, dass man schnell gekauft. Ich habe einen Bow für dich. Oh, nice. Okay, der Typ, der eine gründet den damit, der macht one sec. Ich habe auch einen Bow in der Kiste noch gelegt. Alter. Ich habe ein Herz, aber ich habe... Bist du tot? Nee, nee, nee. Ich habe ein Herz. Okay, ich habe den Bogen mal auf den Spawn gelegt. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Der kommt. Der andere gründet es, glaube ich, auch bei mir. Okay, ich habe ihn tot gespammt. Oh, nice. Ich habe 8 Gold. Ey, ich kriege so den Hate von den ganzen... Von den ganzen Russia Kids, ey. Aber ist mir egal. Oh, fuck, der ist hinter mir. Nein. Was? Ich bin tot. Ich habe 10 Gold. Ah, scheiße. Okay, mach dir Sachen, mach dir Sachen, bitte. Wir müssen die holen. Ich will nicht gegen solche Leute verlieren, Alter. Der ist da, der ist da. Wir haben drei Bögen. Alter, das sind ultra die Rusher. Ultra die Schwitzer vor allem. Ja, Mann, das sind die Schwitzer des Todes, ey. Ich glaube, die brauchen schon Handtuch, so eigentlich schwitzen die. Das ist halt echt so. Ich versuche es zu suiciden. Das versuchst du. Bleib du definitiv in der Base. Okay. Ich habe den Weg hier gebaut. Da, da ist er. Über dir. Nice, nice. Sehr gut, sehr gut. Perfekt, perfekt. Okay, der andere kommt auch noch. Ah, die Schwitzer des Todes, Alter. Okay, warte, ich gehe jetzt zurück, weil der hat mich richtig schnell kaputt. Okay, der ist unten, der ist unten. Ich weiß nicht, ob der Gold savet. Ich denke schon. Ich habe ihn einmal getroffen. Soll ich durchlaufen? Ah, fuck, ich habe mich nicht erwischt. Ein halbes Herz an sich, aber egal. Er ist oben. Ah, fuck, ey. Ich habe ihn getroffen. Er ist runtergefallen. Er ist unten, er ist unten. Oh Gott. Ich kann nichts tun, ich habe ein halbes Herz, aber ich kann nichts tun. Dann weiß ich nicht, lass dich sterben oder so. Wir brauchen irgendwas. Wir brauchen eine fette Spitzhacke. Ich muss den heraushauen. Nein, ich wollte den anderen heraushauen. Wir brauchen eine fette Spitzhacke, unbedingt. Ich bringe deine Spitzhacke mit. Ja. Ich spamme die ein bisschen. Ich spamme die hier zu. Du musst kurz ein bisschen Equipment holen, damit ich nicht direkt tot bin. Okay, der rusht auf mich gerade, aber ich spamme ihn einfach tot. Scheiße, das ist der größte Gespamme der Welt, Alter. Erkippt mich gerade ganz richtig gut, okay? Ich habe noch nie so hart ein Bad was gespammt. Ich nehme eine Korbmann-Challenge gegen dich, ey. Alter, wie liebs ich bauen zu mir? Ich werde voll bedrängt, Alter. Ich bin auf dem Weg, ich habe guten Stuff. Ich habe Essen, Blöcke, ich kriege gute Rüstung, alles. Warte, einer ist in der Mitte gerade. Was? Oh fuck. Du musst aufpassen. Ich habe ihn. Nice. Das ist auch das ganze Gold, was dir liegt. Ich hebe es einfach auf, auch wenn ich sterbe, scheißegal, hauptsache, ist es weg. Ja, ist egal. Schau, wo ich bin, Alter. Ich muss mich so hoch machen. Alter. Das sind die schlimmsten Schwitze der Welt, ey. Alter. Hashtags pretend und fix schwitzen. Wir werden so hart geflamed von denen, die sagen, ich habe Schluss. Ja. Jetzt baue ich es mir immer und so. Aber ist mir egal. Wahrscheinlich habe ich schon ein Chatband, deswegen. Oh fuck. Okay, ich spamme einfach weiter, Alter. Pass auf, pass auf. Ja, ich spamme ihn tot. Ja, mach, mach. Hast du Kopfweb dabei? Nein. Das wäre perfekt halt, ne? Oh fuck, 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 fuck. Die haben eine Kiste da stehen. Ja, das ist das Problem. Irgendwo. Ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo haben die eine Kiste stehen. 100%ig. Ich bin aber oben drauf. Ja, haben sie auch sicherlich. Ich gucke gerade, wo die ist. Ja. Okay, eine habe ich tot. Der andere habe ich einmal gettet. Ich bin da, ich bin da. Ich habe ihn tot, ich habe ihn tot. Mach du, der andere. Was bist du? Geh dahin, geh dahin. Bau dich ein. Mach. Okay, ich bin eingebaut. Nice. War auf, war auf. Bin dabei. Bin fast tot. Ab. Nice, nice. Hab ich. Der eine, fick ihn, fick ihn, fick ihn. Los. Ich weiß nicht wo. Da ist er. Ja, komm, 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 komm. Nein, nice. Das ist fix. GG. Nice. GG. Oh Gott. Wir werden so geflammt. Leute, ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch und da. Abonniert unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und unseren Kanal wahrscheinlich. Abonniert meinen Kanal und schaut auf jeden Fall auch bei Spiriterno vorbei. Und dann sage ich einfach noch Tschüss, bis zum nächsten Mal und Tschüss. 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 Vielen Dank.